Das richtige und das falsche Evangelium im Umgang mit Sünde. Jeder Christ kennt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergebt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9. Hier steht ganz klar, bekennen reicht. Luther ging soweit zu sagen, dass Glaube reicht. Sündige tapfer, doch tapferer Glaube und freu dich in Christus, der Herr ist über Sünde, Tod und Teufel. Für alle, denen das reicht, die können jetzt das Video beenden. Doch wenn man einige Bibelstellen hinzunimmt, könnte sich ein anderes Bild zeigen. Sagt Jesus aus Spaß, was in Matthäus 5, 30 steht, Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab und wirf sie von dir, dann ist es besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und nochmal in Matthäus 18, 8, Wenn aber deine Hand oder dein Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab und wirf sie von dir, es ist besser für dich, dass du lahm oder verstümmelt in das Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und in das ewige Feuer geworfen wirst. Jesus wusste, dass Selbstbefriedigung und Pornografie starke Fesseln sind. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Matthäus 5, 29 Und auch diesmal wiederholt er es in Matthäus 18, 9, Und wenn dein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst. Hier geht es Jesus natürlich nicht darum, dass wir das umsetzen, sondern es geht darum, dass wir das ernst nehmen, dass wir handeln, dass wir das nicht verharmlosen. Für Jesus war klar, dass Buße und fröhlich weitersündigen nicht zusammenpasst. Buße beinhaltet das, was man getan hat zu verurteilen, zu hassen und zu lassen. Wir haben uns angewöhnt, bei Sünde, die wir weitertun, uns mit einem schlechten Gewissen und einem kleinen Bußgebet abzufinden. Das ist keine Buße. Jesus sagt in Johannes 8, 34-36 Halten wir fest. 1. Echte Buße beinhaltet, dass wir die Sünde erkennen und bekennen, hassen und lassen. Wer die Sünde weiter liebt und tut, der hat keine biblische Buße getan. 3. Jesus will uns freimachen, indem er uns durch Buße und Glaube ein neues Herz und einen neuen Geschmack geben will. 4. Genau das ist es, was viele erfahren haben, dass Gott durch seinen Heiligen Geist die Furcht des Herrn in uns hineingelegt hat, so dass wir wissen, dass die Zeit des Spielens mit der Sünde vorbei ist. 5. Genau das ist die Bekehrung. Und wer diesen Punkt noch nicht erreicht hat, der kennt Gott nicht. Und der ist noch nicht durchgedrungen zum Leben. Das Religiöse, die Kirchen und Gemeinden, wollen den Standard der Heiligung tief legen, damit niemand sich in der Sünde schlecht fühlt. Aber du und ich, wir können Gott gar nicht heilig genug denken und müssen lernen, in der Heiligung zu wachsen. Vor uns liegen ganz andere Aufgaben, als noch mit Sünde uns zu beschäftigen. Gläubige sündigen nicht mehr vorsätzlich, willentlich, absichtlich, geplant, weil die Furcht des Herrn uns warnt. Eine willentliche Sünde ist ein ernstes Warnzeichen. Die meisten Christen spielen mit Sünde und kennen Gott und seine Heiligkeit nicht. Geht weg vom falschen Evangelium, das einen einfachen Weg zu Gott predigt. Sprüche 28, 13 fasst das Video nochmal komplett zusammen. Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Gib dich nicht damit zufrieden, dass du dein schlechtes Gewissen nach dem Spielen mit der Sünde scheinbar loswerden kannst. Was ist, wenn wir uns immer nach dem schwierigeren Bibelstelle richten sollen und Gott uns prüft, ob wir bereit sind, höhere Maßstäbe an uns anzulegen. Wer mit Sünde spielt, kennt Gott nicht. 1. Thessalonicher 4, 3-5 Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet, dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen, nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. 1. Thessalonicher 4, 3-5 6-6 7-6 7-6 11 7-6 10